Und wir werden diesmal nicht von Crusher besiegt, der schon ganz vorne ist. Ich habe ein Gefühl, ich habe mysteriöse Botschaften, dass wir diesmal gewinnen werden. Ehrlich gesagt, ne. Er ist ein Idiot. So, einfach nochmal versuchen. Und einen guten Start hinlegen. Danke. Und diese Waffe will ich eigentlich nicht haben, aber ich habe keine Möglichkeit. Außer nicht gegen fahren, aber... Ich bin durch einen Baum. Ja. So, kein getroffen. Das ist schon mal gut. Jo. Das war auch gut. Ich brauche einfach ein paar Bananen mehr, glaube ich. Fünf ist schon eine ordentliche Zahl. Fünf ist mehr als vier. Merkt euch das, Kinder. Oh. Jo. So, jetzt ist es gar nicht... Raketenpower. Pew, 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 pew. Und da hinten feuert mich einer mit einer Lenkrakete ab. Das kann ich nicht tolerieren. Nein, nein. Zwei sind vor mir diesmal. Da bringt mir meine Raketenpower irgendwie... Ah, doch, doch. Ja, Didi. Kannst du dagegen nichts anrichten. Außer hinter mich sein. Das ist gut. Alter! Ich kann durch Bäume fliegen, aber nicht nahe irgendwelche Windeln. Und warum ist diese Welt eigentlich schon ohne Silber zu schwer? Das will mir gerade nicht in den Kopf gehen. Komm, die treffen wir jetzt, auch sonst weiß ich mal. Und wir haben irgendwie gar keinen getroffen, oder? Ja, und jetzt sind unsere... Ey... Jetzt machen wir's mit Boost. Ahm. Ja, okay. Geht auch viel besser so. Scheiß Raketen in dem Fluglevel. Oh, jetzt bin ich schon hier näher vorn, obwohl ich gerade mal einen Boost hatte. Boost! Da, Mann, ey, da bin ich doch überhaupt, Mann! Kann der Flügel nicht abbrechen? Der stört mich. Echt mal. Piu! Und warum ist der schon wieder gleich vor mir im Ziel? Das stört mich. Piu! Ich hab keine Chance. Nope. Okay, das Level ist nicht ganz ohne. Das geb ich zu. Ja, ja. Nochmal. Get ready and go. Damn! Okay. Nochmal. 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 Mann, komm hier. Ein paar random Sachen gemacht und gut ist. Danke, dass ihr mich nicht in den roten Ballon reingeschubst habt. Na, egal. Jetzt bin ich in meinem ersten und das soll mir gefallen. Das soll mir gefallen? Also, was fällt euch ein? Das gefällt mir nicht. Ich will noch ein, 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 ein Delfin, eine Kuh mit Killer-Punkten und einen blauen Ballon. Genau. So gefällt mir das. Und ein paar Bananen werden auch nicht schlecht. By the way. Schui! Chew Gums! Mann, das sind so eine Wände aus Gras. Rauch die doch einfach weg, tipptopp. Du siehst auch nicht ganz clean aus. Ey. Ich hätte nicht gedacht, dass in diesem Spiel die Hitboxen mir nicht gefallen. Aber es will irgendwie nicht. Jedenfalls, ich bin Erster. Und ich furze jetzt einmal hier hin. Und das gefällt mir. Yay. Okay. Dann schießen wir einfach so ab. Okay. Noch eine Banane, warum nicht? Und noch zwei Bananen, warum nicht? Boom. Ja, mit Boost ist das viel besser als mit den Kack-Raketen. Boom. Hitbox. Gena. Okay, da bin ich jetzt volle gegengekant. Voll hinten gegengeflogen. Oder so. Ey, jetzt fliegt doch nicht der Gegendor. Oh Mann, du Esel. Ja, ich fahre jetzt in der Luft gegen dich. Und das habe ich geschafft nicht. Ey. Ja, Banane bringt mir auch nichts mehr. Ich habe schon über zehn. Vielleicht brauche ich jetzt doch nochmal Raketen. Wer weiß. Falls du mich jetzt überholst, habe ich was gegen dich. Hahaha. Aber du wirst mich nicht überholen. Glaub mir. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Egal. Du holst mich schon nicht ein. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Erster. Ja, geschafft. Nach nur irgendwie 10.000 Versuchen habe ich es dann auch geschafft. Elefant. Ich will keiner sehen. Nächstes Level. Nummer 17. Greenwood Village. Und das ist genau das Level, was ich dachte. Hier. Und das ist ganz cool. Das ist ganz nett. Safe State für Zeitsparen und Verkacken. Oh, die Banane. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Da kann man rein und Spiegel verkehrt gefällt mir in der Strecke nicht. Nein, nein, nein. Banane. Yo, ich habe schon eine Banane. Oh. Banane Nummer 2. Super. Jetzt wegen dem 4 kann ich Raketenterror gebrauchen. Ja, den könnte ich ja nicht. Der wäre nicht schlecht. Und zwar wenn ich... Raketenterror. Bam. 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 Und kein Ballon. Danke. Bam. Boom. Ja, Mann. Ich wollte ja zwar rein, aber egal. So, Raketen auffrischen. Danke. Bananen wäre nicht schlecht. By the way. Boah, ich habe voll abgeschossen. Banjo. Banjo. Kazoo. Kazoo. So, wo sind denn die Nächsten? Die drei vor mir. Nein. Mein Raketenterror ist weg. Oh. Leroy. So, und dich hängen wir ab. Fünfter, ja. Gefällt mir nicht. Wahrscheinlich, weil ich nur drei Raketen habe. Äh, Bananen. Klar. Was soll ich sonst erwarten? Moosed. Ja, ich fange nochmal an. Es wird nichts. Es wird nichts. Okay, gleich am Anfang Raketenterror. So schnell wie möglich. Und... So. Go. Fuck, man. Raketenterror und Bananen. Das Wichtigste. Banane Nummer eins. Na ja, Boost. Na ja. Auch nicht so schlecht. So, die Banane könnte ich mir noch geben. Danke. Ja, Mann, ihr... Ich habe jetzt einen roten Ballon. Das ist eine Runde schon fast jetzt. Okay, die Bananen... Danke, dass ihr mich immer wegschubst. Hallo. Eh. Gibt's doch nicht. Ich glaube, ich habe gerade Safesack geladen. Das sah ein bisschen komisch aus. Alter, ihr rampt mich auch die ganze Zeit weg. Und ich ramme mich selber auch die ganze Zeit weg, irgendwie. Oh, wieder nur ein kack Boost. Ein paar Bananen wären nicht schlecht. Die, die schnappt sich die alle weg. Idiot. Den Boost lasse ich weg, damit ich hier die beiden... ganz sicher kriege. Jetzt könnte ich mit dem Bananen... Bananen nicht schaden. Da fahre ich jetzt auch mal den Umweg für. Ähm. Okay, Bananen... Äh. Bananen Terror. Nein. Raketenterroor. Kein Ballon. Danke. Scheiße. Scheiße. Fili ist Raketenterroor doch nicht das Beste in dem Level. Ich häng dich jetzt mal ab. Weil jemand rast hier ständig gegen irgendwelche anderen Ballons gehen. Ja, sowas meine ich. Ey, aber der ist gar nicht so schlecht da. Trotzdem bin ich Sechster. Alter, was? Jetzt packt das hier rum. Ja, guck mal. Ich gucke euch, wie ich fahre. Genial. Guck. Ich mach grad gar nichts. Nur mal zur Info. Ich drück... Oh, okay. Jetzt geht's wieder. Alter, Mann. Jetzt ist das noch verbackt. Ich hab auch noch ungefähr eine Minute Zeit, um das Level zu schaffen. Na ja. Go. Völlig krieg ich einen guten Versuch an. Boast. Okay, kein guter Versuch. Dann sag ich einfach... Ähm... Ja. Blark. Und bis zum nächsten Mal.